Hey, 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 how is so sweet? Empfangen wir mal an mit dem Talk jetzt. Lukas, schauen wir mal, ob das Audio bei dir passt. Haching ist unser erstes Thema. Ich habe, glaube ich, schon alles dazu gesagt. Es ist jetzt schon mal so auch wichtig, dass ihr was sagt. Chat natürlich auch, gå zum Spiel gegen Haching. Jetzt machen wir erst mal ein Thema nach dem anderen. Lukas, wie fandst du das Spiel und die Stimmung nach dem Spiel? Schreib mal, was da los war. Also ich muss sagen, vor dem Spiel und während dem Spiel war wirklich so diese typische Anfangseuphorie, die man am Anfang von der Saison hat, wo man einfach optimistisch rangeht und denkt, diese Saison ist unsere Saison. Zum Spiel selber, das war schon sehr trostlos. Also die ersten zehn Minuten waren wirklich noch die beste Phase, wo man ein, zwei Durchbrüche hatte auf die Grundlinie. Ja, da dachte ich mir, okay, ein flotter Start. Das hat sich dann relativ schnell gelegt. Also dann wirklich viel ineffektiver Ballbesitz, hin- und hergeschiebe, vor allem in der Abwehr ist mir aufgefallen. Da haben sich Winter und Pfeiffer wirklich die Bälle hin- und hergeschoben, keine Ideen gehabt. Zwei, dreimal aus Verzweiflung hat Pfeiffer wirklich so den typischen Jeff gemacht und den Ball einfach diagonal nach vorne gebolzt, was man eigentlich nicht mehr sehen wollte. Und vorne ja überhaupt keine Kontrolle. Also immer einen Schritt zu langsam. In den Zweikämpfen war unter Haching deutlich, deutlich robuster. Das ist mir ein, zwei Mal aufgefallen. Vor allem bei Arne Meier, der sich wirklich bei jedem Zweikampf wegdrücken lässt. Also ich weiß nicht, was der für eine Zweikampfquote hatte bei dem Spiel. Das wäre mal interessant zu wissen. Aber das ist mir wirklich negativ aufgefallen, wo man wirklich dann auch an die Moral hinterfragen muss. Also mit welcher Einstellung gehen dann die Spieler in so ein Spiel rein? Ja, und dann dementsprechend wirklich nach Abpfiff, was ja auch direkt dann nach dem 2-0 war. Das war schon eine ziemlich aggressive Stimmung, kann man sagen. Also als die Mannschaft gekommen ist, es sind wirklich nicht nur ein, zwei Becher geflogen, sondern ich würde sagen 20 bis 30 Becher Richtung Spieler. Ein, zwei wurden auch getroffen. Und die Spieler waren wirklich sehr verunsichert. Also ich habe es bei Damien gesehen, der wirklich noch am wenigsten konnte. Der stand ganz vorne. Also der von der Gestik, Mimik, der hat fast geweint, hätte ich jetzt gesagt. Weil ich stand auch relativ weit unten am Zaun. Und ja, dann haben die halt die volle Wut abbekommen. Also es sind auch ziemlich viele Worte gefallen, die man vielleicht jetzt einen Tag später so nicht mehr sagen würde. Aber es war eine sehr, sehr aggressive Stimmung. Ja, auch unüblich. Also für unsere Verhältnisse ist es auch echt wirklich unüblich. Aber man sieht, das ist ja nicht nur das eine Spiel. Das wäre übertrieben. Aber es kommt halt ein bisschen, der Frust kommt einfach von der Rückrunde. Und das haben wir alle ja nicht vergessen. Ich war ja auch, mein Gott, das Spiel war scheiße. Wir haben schlecht gespielt. Aber wenn die Rückrunde jetzt einigermaßen in Ordnung gewesen wäre, das Gladbach-Spiel war ja unser letztes Pflichtspiel. Das war ja bodenlos. Und dann spielst du nochmal so einen Auftritt gegen Hachim, wenn es darauf ankommt. Und daher kommt halt das. Dann war es auch so heiß und alles. Dann sind die Gemüter natürlich komplett eskaliert. Ist natürlich auch ein bisschen hart jetzt gerade für die neuen Spieler, dass sie das so ein bisschen mit abbringen, weil sie können ja eigentlich nichts für die Rückrunde. Und so auch zumindest, ja, Damen so oder so jetzt nicht für das Spiel. Ja, aber man merkt, dass da schon ein gewisser Frust ist. Mich würde interessieren, Lukas, weißt du noch, war Enno bei den Fans? Wie haben sich Dorshi Demirovic verhalten? Die sind ja unsere Führungsspieler. Waren die auch am Zaun? Also Demirovic war wirklich ganz vorne, zusammen mit Rex Bitschei. Die haben sich auch mit einzelnen Fans unterhalten, weil da auch unten die Zäune, ich weiß jetzt nicht, ob die aufgebrochen worden sind, auf jeden Fall wurden sie aufgemacht. Da war dann auch der Fanbeauftragte da. Und dann standen auf einmal ziemlich viele wütende, oberkörperfreie Fans in der Innenzone. Und Demirovic war wirklich ganz vorne, der hat mit Einzelnen geredet, Rex Bitschei auch. Dorshi kann ich mich jetzt nicht daran erinnern. Rex Bitschei hat wie gegen Bochum ein, zweimal versucht, bei dem Pfeif-Konzert so drüber zu klatschen, nach dem Motto, ja, jetzt ist es wieder gut. Also er wollte quasi jetzt wieder so ein bisschen den Rückhalt spüren, wo ich mir auch gedacht habe, jetzt ist es noch nicht angebracht, weil er wirklich vier, fünf Minuten gegen dieses Pfeif-Konzert. Und ich habe das auch nicht erlebt, dass da die Spieler wirklich dann so lange dran standen, so unmittelbar vor den Fans. Und wirklich, ich habe das Gefühl gehabt, jeder Einzelne hat da gewusst, dass es verdient ist. Also da hat jetzt keiner bloß Anstalten gemacht, wieder wegzugehen. Und die haben das einfach hingenommen und standen da wie die Schulmannschaft. Ja, okay, ja, natürlich, das ist für Spieler auch absolut unangenehm. Du weißt, dass du, gut, die Becherwürfe müssen wir nicht drüber kommentieren, das muss vielleicht nicht sein. Das muss auch nicht sein. Aber ja, das ist halt unüblich für Augsburger Verhältnisse. Da standen die da und sind, da kriegst du als Spieler schon Respekt und ein bisschen Angst dann auch. Aber diese Momente gab es in mehreren Fans sind schon, wenn es sehr unruhig läuft. Da wird es halt mal sehr unruhig. Vielleicht wird diese Szene dann auch irgendwas bewegen, zumindest. Es gab ja auch auf meinem Kanal sehr viel Kritik in den Kommentaren, sehr viele Kritik. Das muss man wirklich sagen. Und ich denke schon, dass die Spieler jetzt so ein bisschen, manchmal braucht man auch so ein Hallo-Wach-Ruf, um wirklich zu kapieren, dass das so nicht weitergehen kann. Und so eine Reaktion kriegst du ja auch nur, weil den Fans der Vereinsung, glaube ich, viel bedeutet. Und so Pokal aus, das bedeutet auch was. Das kannst du ja nicht wieder gut machen wie in der Liga. Nach dem Erstspielteil verlieren, wir sind raus. Die anderen werden jetzt ein geiles Spiel haben. Hachim spielt jetzt vielleicht auch gegen München und so. Tut ihm natürlich auch gut und alles. Aber ich will das Spiel haben. Egal, ob ihr in der zweiten Runde rausfliegt gegen Bayern oder so. Das ist einfach heftig, dass wir da rausfliegen. Das spielt vieles zusammen. Enno, hast du Enno noch im Kopf? War der auch da am Ende? Ja, ja, also Enno stand auch da. Der war aber so ein bisschen weiter hinten. Also ich sage jetzt mal, in der zweiten, dritten Reihe mit Hände in der Tasche. Und wirklich auch sehr, sehr, also die Enttäuschung war wirklich spürbar. Der hat jetzt nicht unmittelbar mit Fans geredet. Sondern hat sich das eher so von einem Meter weiter hinten so ein bisschen von der linken Seite angeguckt. Aber, ja, da sind auch ein paar Sprüche und Beleidigungen in seine Richtung gefallen da von den Leuten, die da teilweise auf dem Zaun oder vor dem Zaun standen. Okay. Ja, Gers, ist schon heftig, wenn man sowas hört, oder? Das ist auch für, aber egal, das Spiel spiegelt sich schon, spiegelt ja auch das irgendwo, auch die Rückrunde. Aber das ist schon auch für Augsburger Feld, das ist schon hart, gell? Was sagst du dazu? Ja, aber völlig gerechtfertigt. Wenn ich mir überlege, ich fahre mit 4000 Mann, fahre ich da hin nach Unterhaching im DFB-Pokal und muss mir sowas anschauen, ja, dann wäre ich schon, klar, gehen so Sachen nicht. Ich habe gelesen, dass die Augsburger wohl da die Tore beschädigt haben und nur deshalb die aufgegangen sind, irgendwie sowas. Das ist natürlich maßlos übertrieben, aber so die Reaktion mit Becherwerfen, keine Ahnung, ich kann es irgendwie schon verstehen, weil das einfach, die Art und Weise, wie du rausgeflogen bist, ist einfach wirklich, ja, erschreckend gewesen. Und irgendwo, ja, wenn ich da für meinen Verein gestanden wäre, wäre ich wahrscheinlich der Erste, der da mit unten steht und die Leute da irgendwie blöd anmacht, weil sowas einem zu bieten, ist schon echt frech. Ja, nach dem Spiel bist du halt einfach sehr frustriert, ne, da sind die Emotionen einfach noch sehr hoch, ne, das ist einfach das. Ja, ist heftig. Also man muss nicht drüber reden, ich habe es ja im letzten Video schon gesagt, ich fahre ja nicht auswärts, aber ich denke mir jetzt auch, seit Oktober haben wir nicht mehr auswärts gewonnen, Lukas fährt ja, glaube ich, auch viel auswärts. Du musst dir das vorstellen, seit Oktober spielen wir da so, keine Ahnung, wir scheißen uns da in die Hose, gefühlt, es ist kaum ein gutes Auswärtsspiel dabei, also wir haben ja auch ein paar Unentschieden drin, aber so wirklich überzeugende Auftritte gar keine und seit Oktober kein Erfolgsspiel, also für die Auswärtsfans tut es mir wirklich leid. Also beim besten Willen, das ist dann, wir hocken daheim oder hier, wie ich zumindest, streamen dann meistens, ich bin auch auf 180 hier, also die letzte Stream-Wiederholung habe ich angeguckt, da musst du schon schmunzeln, ich war ja so geladen, aber dann noch diese, du musst ja dann noch nach Hause kommen, dann immer wieder gefrustet, es ist schon schmerzhaft, also ich glaube auch, dass mal der Mannschaft, dass die Mannschaft auch darüber mal so wirklich bewusster mal nachdenkt, wovor scheißt sie euch eigentlich ein auswärts? Spielt raus, kämpft, macht doch voll Spaß, da ein bisschen den Gegner zu ärgern, das Stadion stillzumachen und dann in der Haching war es ja nicht mehr als ein Auswärtsspiel, ich habe gesehen, sogar auf der Gegend gerade waren Augsburger, das waren wahrscheinlich 5.000, 6.000 Augsburger, das war nicht mehr als wirklich ein Auswärtsspiel und ich weiß nicht, also es muss jetzt wirklich da was passieren, aber ja, hier Demi wird auch erwähnt, dass er da, der ist wirklich da, was das angeht, der hat schon Kohones, stellt sich da auch, finde ich gut, war auch wichtig, dass die Spieler hingegangen sind, sich diesen Frust gestellt haben, ich habe auch gehört, Lukas, am Ende wurde dann schon wieder sich versöhnt dann auch, oder? Ja, aber es waren nicht viele, die da geklatscht haben am Ende, es war dann am Ende ruhig, da haben dann vielleicht von den 2.000, 3.000, die da in dem Block hinterm Tor standen, wo die Spieler auch waren, haben vielleicht ganz unten 2.000, 3.000 geklatscht und der Rest war stiller, es war jetzt nicht so, dass dann die ganze Tribüne nochmal gemeinschaftlich geklatscht hat, dafür war die Enttäuschung zu groß. Okay, naja, immerhin, ja, es ist, man muss jetzt nach vorne gucken, wir sind ja auch am Samstag im Heimstadion alle gefragt, ich bin ja selber drin, müssen wir das wieder zum Kessel machen, also da müssen sich ja unsere Spieler keine Sorgen machen, da stehen wir zu 1.000 Prozent hinter der Mannschaft bei Frust, aber sie müssen halt wirklich uns das zeigen jetzt. Ich war, die letzten Heimspiele, ich weiß gar nicht, welche das jetzt waren, boah, Köln, was war da noch, Union Berlin war auch echt, wir haben das Spiel gewonnen, dann aus dem Nichts das Tor, erst nach dem Tor haben wir dann richtig gut gespielt, nach dem 1.0, was war auch, Gekämpfe ohne Ende, also mehr Krampf als Fußball irgendwie, was mir im Heimstadion auch so extrem fehlt, wir haben kaum Aktionen im letzten Drittel, da gibt es ja diese X-Value-Statistik, wo ja auch alles belegt, was ich gesagt habe, dass wir im letzten Drittel die wenigsten Aktionen in aller Bundesligist haben, teilweise in ganz Europa, also in den Top-League-Europas, das ist krass, und im Stadion ist man da manchmal drin, ey, man schaut wenigstens, dass man über die Zweikämpfe sich emotionalisiert, wenn mal eine Grätsche kommt oder zumindest mal ein Abschluss, aber so ein bisschen mehr nach vorne, so ein bisschen, mal zwei, drei Flanken nacheinander oder zehn Minuten Druckphase. Gegen Unterhaching habe ich mir das ja auch erwünscht, ich dachte, mir kommt jetzt noch eine Druckphase von uns, wann kommt unser Powerplay? In der Bundesliga haben wir das nahezu, ich glaube sogar in keinem Spiel, wirklich hinbekommen, den Gegner hinten reinzudrücken über mal längere Zeit, gerade auch wenn das Spiel, wenn man mal drehen muss. Wir lagen auch oft in Führung, haben die oft verspielt, aber das muss einfach mal passieren. Es kann ja nicht sein, erinnert euch an die Spiele gegen Bochum gerade, zu Hause gegen Bochum, weiß ich noch, da lag mal so hinten, ich dachte mir, wann kommt da mal unsere Druckphase, kommt da noch was? Es kam einfach nichts und das muss unbedingt im Stadion ein bisschen kommen, damit wir auch noch mehr der Mannschaft geben können. Wir freuen uns ja schon über Kleinigkeiten, wir sind ja auch einfache Fans eigentlich und die Spieler müssen uns da jetzt mal ein bisschen mehr mitnehmen wieder. Entweder kämpfen sie richtig extrem, schmeißen sich wirklich in jeden Zweikampf rein, darum will ich auch, dass Tietz spielt, weil der schmeißt sich wenigstens in alles rein. und entweder machst du das wieder, mehr diesen Kampf, den Gegner auffressen wollen, oder du bietest uns wenigstens einen vernünftigen Fußball im letzten Angriffsdrittel, ein bisschen mehr. Also Lukas, geht es dir da auch so, dass dir das brutal auch fehlt, dass man sich so über Kleinigkeiten als Fan schon reinkämpfen muss ins Spiel? Naja, also die Erfolgserlebnisse im Spiel selber oder die Glückserlebnisse, sag ich mal, die sind so rar, dass man sich mal freut, wenn irgendwie ein Vagas mit Tempo mal durchläuft oder wenn mal zwei, drei Pässe wirklich im letzten Drittel ankommen, ich schweige nicht mal einen Torschuss. Also das ist so mager, dass man sich wirklich über alles, was irgendwie da ist, noch freut oder versucht zu freuen. Ja, das ist so ein bisschen so das schwierige Gäste. Du bist ja auch mehr von Außenbetrachter, du kannst mir ein bisschen im TV auch sagen, wie siehst du so gerade den FCA-Fußball einfach so das letzte Jahr vielleicht? Wie hat sich das für dich angefühlt? Welchen Fußball? Keine Ahnung, ich finde es ganz schlimm anzuschauen und ich bin auch davon überzeugt, dass Enno einer der ersten Trainer ist, der fliegt, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie sich das ändern soll. Klar ist es jetzt Pokal, viele sagen, okay, man soll das differenzieren, aber ich sage dir eins, verlierst du das Spiel gegen Gladbach, ist Enno sein Endspiel, das Bochum-Spiel und da wird sich dann zeigen, wie sehr die Mannschaft wirklich hinter ihrem Trainer steht, weil wenn du so ein Spiel hast, dann weiß das auch jeder und dann reißen die sich wirklich den Arsch auf, weil die sagen, okay, Enno soll unser Trainer bleiben, aber wenn du dann wieder so einen blutleeren Auftritt kriegst, dann weißt du auch, dass die Connection zwischen Trainer und Mannschaft auch einfach kaputt ist und leider ist das Business dann so, dass der Trainer weg muss. Also ich finde ihn nicht gut, ich habe einfach nicht das Gefühl, dass er einer ist, der die Mannschaft irgendwie erreicht. Bei anderen Trainern, wenn die so eine Halbzeit wie Augsburg gespielt hätten und der Hach hing, da wäre ich mit einem Gefühl in die Halbzeit, dass der den so dermaßen da drin in seine Ansage schiebt, dass die hellwach aus der Halbzeit rauskommen und das Gefühl habe ich bei Enno einfach gar nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, wie der in der Halbzeit mit den Jungs redet. Ich habe da einfach das Gefühl, dass das da, weiß ich nicht, dass das da einfach nur, ja, irgendwie so dieses Fachliche, Sachliche, aber dass der die Mannschaft emotional irgendwie nicht erreicht, so habe ich das Gefühl von außen, muss ich ehrlich sagen. Lukas, was sagst du? Jetzt sind wir gerade ein bisschen bei Maaßen, guter Übergang zu Enno. Ich bin da auch extrem zügig spalten. Also wenn man sich die Interviews und die Pressekonferenzen anschaut, dann hat man irgendwie schon so, also schon ein gutes Gefühl irgendwie. Er kommt oder er wirkt fachlich kompetent, gewisse Ausstrahlung, gewisses Charisma, aber die Ergebnisse jetzt über die letzten, ja, über die letzte ganze Saison, die sprechen jetzt nicht. Vor allem die fehlende Konstanz spricht nicht für ihn. Und ja, das Einzige, was man noch zuguteheißen kann, ist, dass man wirklich aus verschiedenen Kreisen hört, dass er halt so anerkannt ist oder dass er auch vor allem ein großer Faktor auch bei den Transfers offensichtlich ist. Also es ist anscheinend, da er sehr, sehr gute Überzeugungsarbeit leistet. Ja, weiter Lukas. Ja, das Einzige, was halt dann noch, ja, was man eben negativ anlasten kann, ist, also meiner Meinung nach, wenn man jetzt so die Transfergeschehen der letzten Jahre beobachtet, hat kein Trainer so viele Wünsche erfüllt bekommen wie Maaßen. Also ich kann mich nicht erinnern, dass mal in der Winterpause so forsch irgendwie korrigiert wurde, so viele Spieler auch offensiv geholt worden sind und wir so eine Auswahl an Stürmern hatten. Und dieser Wechsel irgendwie von der Transferpolitik, der begründet sich meiner Meinung nach nur irgendwie, dass Maaßen anscheinend mehr Mitspracherecht bekommen hat, weil Reuter auch weiß, dass das wahrscheinlich seine letzte Trainerpatrone ist. Ja, so ähnlich sehe ich das Ganze auch. Jetzt soll ich mich doppelt, jetzt, genau. Es ist so, es ist genau dieses Ding, so die Transfer, da ist halt Maaßen wirklich mitverantwortlich. So ein Baljo, Pfeiffer, hört man wirklich, dass er da scheinbar Hauptdarsteller war oder Hauptgrund, dass die jungen Spieler gerade kommen. Da scheint er irgendwie reden, sprechen, Überzeugungskraft leisten zu können. Nur am Ende zählt halt wirklich auf dem Platz und das ist einfach Fakt. Das ist Fußball, das ist kein Sympathie-Ding oder so und dieser Verein, keine Person ist wichtiger als der Verein selber. Das ist einfach so und wenn wir das Gefühl haben, das funktioniert nicht, man muss ja auch irgendwie, jetzt wird ja erstmal noch drüber gesprochen. Ich bin mittlerweile auch nicht komplett unüberzeugt, dass es vielleicht irgendwie noch gut geht, aber mir fehlt langsam wirklich schon auch dieses innere Überzeugen, dass Enno Maaßen für uns die Spielidee entwickeln kann, die wirklich zu dieser Mannschaft passt. Auch die Aufstellungen finde ich halt sehr fragwürdig. Ich verstehe viele Sachen nicht, wo er macht, auch so wie wir das Spiel eröffnen. Ich finde unsere Spieleröffnung teilweise sowas von schlecht gegen gerade Mannschaften, die tiefer stehen. Das gegen Unterhaching, das, ich will unbedingt, ich werde gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen, die erst 20, 30 Minuten, wie wir gegen Unterhaching eröffnet haben hinten. Wo war da die Idee? Wie vorhin Lukas auch gesagt hat, dass Pfeiffer irgendwie gefühlt keine Anspielstation hatte und dann den Ball dann irgendwann auch so Gouvelleu-mäßig einfach vorgeprescht hat. Ja, es liegt ja auch irgendwo auch an den Abläufen, wie du das Spiel eröffnen willst. Wir stehen so weit auseinander. Na, der hätte ein bisschen auch ein Sechser so in die Dreierkette sich fallen lassen sollen, Mittel, also ein Dorsch oder so, helfen sollen. Dann müssen auch die Flügelverteidiger nicht so extrem weit weg gehen. Kommt ein bisschen kürzer, dann ist die Passgenauigkeit, ist der Pass leichter zu spielen. Die Abstände waren so extrem hoch, dass eigentlich unser ganzes Spiel schon auf einem langen Ball vorprogrammiert war, schon in der Spieleröffnung. Und das fand ich ein bisschen, das fand ich so fragwürdig. Und wenn man sich so ein bisschen mit Fußball beschäftigt, jeder, der mal, ich habe das Spiel auch ein bisschen gespielt, ich war Stürmer oder Libero, immer im Extrem sozusagen. Wenn du hinten spielst und deine Anspielstationen sehr weit weg sind und du hoch angelaufen wirst, der Pass ist wirklich gar nicht so leicht zu spielen. Auch auf dem Flügelverteidiger. Umso näher der Mitspieler ist, umso safer. Passgenauigkeit wird gleich mal besser. Das sind so lauter Kleinigkeiten, die ich gerade extrem beobachte. Und diese Spieleröffnung werde ich mir gerade gegen Bochum und Gladbach extrem mal drauf gucken. Was haben wir vor? Ich sehe halt die Idee dahinter nicht so ganz. Wir stehen so weit weg. Das ist echt. Wir machen uns das Leben teilweise selber wirklich schwer. Und ja, und dann natürlich auch, was ich total wild fand, das habe ich ein paar Mal schon gesagt, dass man, ich weiß nicht, ob Mbuku verletzt ist oder angeschlagen war, dass man den nicht gegen Haching bringt, wenn man hinten liegt und augenscheinlich die Kreativität nach vorne gefehlt hat. Das ist für mich, also wenn er verletzt war, nehme ich alles zurück. Ich weiß es nicht. Er war, glaube ich, er war auf der Bank. Wieso nimmt man ihn ja noch mit? Also so ein Spieler, das waren ja auch viele Junge bei Haching, kann mit einem Tripling irgendwie noch irgendeinen Elfmeter oder Freistoß für dich rausholen, der halt dann reinknallt. Aber wir wechseln wieder fünf Stürmer ein, vier Stürmer. Also es sind viele Sachen. Das sind so, wir können uns brutal ärgern und irgendwie hat das alles auch Sinn, was wir alle sagen. Und das Problem ist, Erno Maaßen liefert ja auch keine Ergebnisse zu Zeiten. Wie gesagt, zwölf Spiele, ein Sieg. Dementsprechend können wir auch gar nicht so falsch liegen. Würde er mit dem, was er macht, Spiele gewinnen oder guten Fußball zumindest mal spielen lassen in irgendeinem Spiel. Dann würden wir ja nicht so reden, aber es stimmt doch irgendwas nicht. Kader, wir wollen noch jetzt über den Kader sprechen. Im Erno Maaßen haben wir glaube ich jetzt schon gut was gesagt. Also er ist definitiv auch bei vielen Fans, die ihn lange geschützt haben, auch ich, auf jeden Fall so ein bisschen unter Beobachtung, teilweise auch schon sehr angezählt. Also ich sehe schon, bei vielen hier auch, hat er komplett schon den Kredit verloren. Und bei einigen, wo ich so weiß, ey, die waren eigentlich pro, weil wir haben alle keinen Bock, das muss man wirklich so sagen, ständig den Trainer zu wechseln. Wir wollen ja auch Kontinuität auf der Trainerbank, aber das Vertrauen schwindet mehr und mehr, wenn er so weitermacht. Und das ist, das muss jetzt auch der Mannschaft klar sein. Und wie auch Lukas gesagt hat, Lukas hat es auch nochmal gesagt, die Mannschaft steht augenscheinlich hinter ihm. Also der scheint da gut anzukommen, hat Kredit bei den Spielern. Nun nenne ich da auch ein gutes Beispiel. Ich denke da immer gern an Lupe Tui oder wie er hieß bei Real Madrid, der hat so einen schwierigen Namen. Extremer Menschenfänger, enorm sympathischer Mensch. Da haben die Spieler auch geheult teilweise, wo er dann entlassen wurde, weil sie gesagt haben, wir haben ihn enttäuscht, wir waren der Fehler, es tut uns verdammt leid, dass er gehen musste. Also er war enorm beliebt in der Mannschaft, aber Real Madrid war Vierter oder Fünfter in der spanischen Liga. Also was bringt es jetzt, dass die Spieler hinter ihm stehen, wenn er sportlich ist und mit der Mannschaft nicht auf den Platz kriegt? Und dann kam, meine ich, Zidane, ich weiß nicht, oder Ancelotti, ich bin mir nicht mehr sicher, auf jeden Fall kam dann einer und bei Real Madrid lief es auf einmal wieder. So, versteht ihr? Und das ist auch für mich so eine Sache, die Mannschaft, wenn die so hinter Enno steht, menschlich, typmäßig und an ihn eigentlich glauben, dann zeigt es. Zeigt es uns dann auf dem Platz. Ich habe kein Problem. Zeigt, dass da was passiert, dann werden ja auch die Stimmen wieder ruhiger. Es ist ja nicht so, dass wir irgendeinen wegekeln wollen, glaube ich. Da haben wir in Augsburg ja gar kein Interesse, ständig die Trainers wechseln. Aber momentan verliert man von Spiel zu Spiel, Niederlage zu Niederlage, Enttäuschung zu Enttäuschung, Auswärtsspiel ohne Sieg, seit Oktober, es wird ja immer mehr und mehr. Natürlich das Vertrauen in das ganze Projekt, aber es ist noch nicht vorbei. Ich habe noch so ein bisschen Resthoffnung, Leute. So ein bisschen habe ich noch. Ein ganz bisschen, aber die sinkt wirklich immer mehr. Mal schauen. Kader. Vorhin haben wir die Kaderfrage aufgestellt. Sind wir vielleicht, wie sagt man, lesen wir uns besser, als wir sind? Gess, wie siehst du das? Wie findest du den FCA-Kader? So vom reinen Gefühl her, würdest du sagen, mit diesem Kader kannst du auch mehr als Platz 13, 14 mal rausholen? Definitiv. Es muss zwar viel zusammenkommen und es müssen soweit alle gesund bleiben, was ja bei Augsburg auch ein relativ großes Problem war letztes Jahr. Aber definitiv. Ich sehe, klar, der Sturm ist, wenn man Sturm anschaut, sind halt, du hast einen Haufen Stürmer, da bin ich gespannt, wer sich da am Ende wirklich etabliert und wer Augsburg auch hilft. Aber an sich ist das Team echt cool. Das einzige Problem sehe ich auf den Außenverteidiger-Positionen. Da verstehe ich auch irgendwie nicht wirklich, dass da noch nichts passiert ist. Keine Ahnung, ob da noch was passiert. Weil der Engels ist für mich da keine Lösung. Ich habe zwar nicht viel gesehen vom Spiel in Haching, weil ich die Konferenz geguckt habe, aber ich hatte den Eindruck, irgendwie das Dorsch und Breithaupt, wenn die zusammenspielen, dann ist das irgendwie zu defensiv. Das Engels, der da schon letztes Jahr auch irgendwie so offensive Impulse gesetzt hat, dass so einer da gefehlt hat. Und ja, wie gesagt, du hast dir einen jungen, coolen Torwart geholt, richtig geile Verpflichtung. Aber meiner Meinung nach musst du sowohl links als auch rechts Außenverteidiger dir noch holen, die dir helfen, weil das, was da an Material im Moment da ist, ist zu wenig. Ja, insgesamt passiert da ein bisschen zu wenig nach vorne von unseren Flügelverteidigern. Da müssen wir nicht drüber reden, gerade in einem 4-4-2 oder wenn man Raute im Mittelfeld spielt, das spielen wir ja jetzt ja nicht, da müssen einfach auch die Flügelverteidiger öfters den Mittelfeldspieler überlaufen und diesen Weg machen, weil so kannst du ja ganz leicht eine Abwehr überspielen, wenn der Laufweg gut getimt ist. Das hat ja Bayern auch viel gemacht, aber das war im 4-3-3. Aber ist ja egal, aber gerade in so einem 4-4-2 oder wenn du mit einer Raute im Mittelfeld spielst, da sind die Flügelverteidiger schon wichtig, dass die offensiv spielen auch mit unseren Sechsern sehr defensiv, die machen eigentlich ganz wenig nach vorne. Wir kommen ja kaum wirklich zum Fußballspiel, wenn man drüber nachdenkt. Das Einzige, was wir mal so haben, ist, Petersen läuft mal an oder Vargas macht irgendwie auf krampfenden Tripling, weil keiner mitspielen will und das ist kein Doppelpass-Moment. Unsere Mittelstürmer sind oft halt auch Brecher gewesen letztes Jahr. Was sollen die machen? Sollen die das Spiel für uns machen? Also, ja, Okugawa jetzt als absoluten Heilsbringer zu sehen, das ist so, der wird es sicherlich gut tun, aber wenn er jetzt auf dem Flügel spielt, im 4-4-2, wie viel Impact kann er dann wirklich unserer Mannschaft geben? Es ist halt ganz spannend, alles nochmal zu sehen, aber ja, Flügelverteidiger, da müssen wir, glaube ich, alle nicht drüber reden, da muss unbedingt mehr kommen. Und Lukas hat es ja gesagt, Engels hat es ein paar Mal den Weg gemacht oder irgendjemand hat es geschrieben und dann kriegt er den Ball halt nicht. Da musst du ihm aber auch den Ball geben, wenn er schon diesen guten Laufweg macht, weil das sind anstrengende Laufwege mit Vollsprint, an allen vorbeiziehen und wenn du dann nie den Pass kriegst und ignoriert wirst, ja scheiße, dann ist halt alles wieder für Katz. Lukas, wie siehst du den Kader von uns? Was würdest du sagen, wäre so möglich, wenn ein Trainer einen guten Job macht? Also meiner Meinung nach, wenn man jetzt den Gesamtkader so anschaut, wie er Stand jetzt dasteht, ist mit dem Kader schon Platz 10 bis 12, also diese oft beschriebene, deutlich ruhigere Saison drinnen, meiner Meinung nach. Wo ich das Problem sehe, ist einmal, oder was ich nicht verstehe, ist einmal im Sturm, dass wir da wirklich sehr viel Spielermaterial haben und auch sehr ähnliche Spielertypen. Also ich verstehe nicht, warum man, bevor man diese Ablöse generiert von Birisha, dann einen Tietz verpflichtet, klar, das ist vielleicht, bekommt man den nur jetzt, aber wir sind da deutlich zu breit aufgestellt, also das wird definitiv zu Unruhe führen, besonders wenn ein Birisha bleibt, der ja charakterlich auch, finde ich, nicht so optimal ist, deswegen hoffe ich auf jeden Fall, dass man den Transfer irgendwie noch über die Bühne kriegt, für, weiß nicht, 10, 12, 13 Millionen und das größte Problem, was jetzt die Qualität angeht, sehe ich wirklich auf den Außenverteidiger Positionen, also da würde ich wirklich, auch wenn es hart klingt, die These aufstellen, dass wir keinen einzigen Bundesliga-tauglichen Außenverteidiger im Kader haben. Da fange ich auch bei Jaguar an, der 80% nur verletzt ist, der offensiv vielleicht, wenn man mit Dreierkettespieler als Schienenspieler ein toller Spieler ist, der vielleicht fünf bis sieben Vorlagen generieren könnte, wenn er durchspielt, aber dann hört es auch schon auf, man hat Jolina, wo keiner versteht, für was man den verpflichtet hat, ein Pedersen, der natürlich super Laune in die Mannschaft bringt, eine gewisse Dynamik hat, aber auch immer wieder haarsträumende Pässe und auch defensiv nicht sicher steht und rechts, da braucht man gar nicht anfangen, also da hat man statistisch den schlechtesten Rechtsverteidiger im Kader und dazu einen Engels, den man jegliche Stärken beraubt auf seiner Position, die er im Mittelfeld ausgeführt hat. Also da verstehe ich das Gefühl, dass ich viel Bier getrunken habe, der Bein hängt ja nur Wein oder Wodka-Lämpfer. Ja, Entschuldigung, da kam gerade der Alert hier dazwischen, danke Doktor für deinen Resub Prime, ja Mario Basler wollte auch mal dazwischen grätschen, ne, also Lukas, das war jetzt gerade lustig im Moment, das ist halt genau das, also bei Petersen ist auch so, das ist ja, habe ich ja schon letztes Jahr gesagt, war unser bester LV und RV gefühlt letztes Jahr, gefühlt, nur ist das Ding, Petersen enorm Belastungssteuerung notwendig, ne, enorm, er ist öfters verletzt, er war jetzt schon wieder, hat er was, dann, wenn man jetzt mal ganz genau sein Spiel anguckt, er tut es extrem gut, weil er eines halt macht, er hat diesen Biss und geht mal einfach ins Eins gegen Eins und dribbelt halt irgendwie durch, weil wir spielerisch ja so Probleme haben, fällt es auch extrem auf, seine Dynamik, wie gut die uns tut, ne, aber Flankenspiel, Defensiv, Passspiel, das sind schon auch Defizite, ne, also das, das muss man schon auch sagen, der Matz ist wirklich so vom Flügel mein liebster Verteidiger bei uns, aber wenn das unser bester ist, von allem, was wir haben, ist es schwierig, es ist wirklich zu wenig, Gummi war wirklich Real Talk, Rückrunde, ich hatte Todesangst bei jeder Flanke auf dem langen Pfosten, ich sitze ja immer erste Reihe da und gerade gegen Bremen erinnere ich mich noch und gegen Köln habe ich es ja gecoilt sogar, dass wir das Tor kassieren, dann haben wir es auch sofort genauso bekommen, diese Flanken, wie oft er die überlaufen hat oder einfach den Ball nicht trifft, falsch einschätzt, das ist Wahnsinn, ne, ich weiß auch gar nicht, warum auf einmal das so extrem bei ihm war, aber der hatte massive Probleme, ne, also massive Probleme den Ball richtig einzuschätzen, keine Ahnung, woran das lag, kriege ich Todesangst, wenn der halbwegs nur diese Form mitnimmt und da spielt, das ist richtig scheiße, bei Flanken war das gerade dieses Riesenproblem bei ihm und naja, es ist nun mal im modernen Fußball so, dass man viele Flanken auf den langen Pfosten tritt, weil da meistens ein kleinerer Spieler ist und der große Stürmer dann lieber das Kopfballduell gegen ihn sucht, ne, das ist auch eine Sache, da haben wir Probleme und wen haben wir noch? Jolina, diesen Transfer, sorry, es ist schwierig, da braucht es halt vielleicht noch ein bisschen Zeit, aber das ist, finde ich auch schwierig, was Bundesliga angeht, aktuell, dann haben wir, wen haben wir noch? Engels, der da jetzt spielt, da müssen wir überhaupt nicht drüber reden, der Junge hat die Position noch nie gespielt, jetzt spielt er Bundesliga, der kam ja gefühlt aus einem Amateurfußball, da spielt es im Mittelfeld Weltklasse und das wird auf der RV-Position niemals eine Dauerlösung sein können, nur eine Notlösung, ja, und das, dann haben wir einen Aaron, Zehnter, da muss man nicht drüber reden, also schlechter wird das nicht immer spielen, das muss man auch ehrlich sagen, aber der wird noch ein bisschen brauchen, habe ich jetzt irgendjemanden vergessen, nee, oder? Das war es, Iago, Iago, der einfach viel verletzt war, muss man jetzt übernehmen, der Dreierkette ist ja nicht schlecht, wenn er da auf der Schiene spielt, dann macht es auch Bock mit ihm, aber in der Viererkette war das die letzte Saison ja überhaupt nichts, also dass man da nicht handelt, es ist wirklich, wir brauchen unbedingt einen rechten Verteidiger und da, und da reden wir wirklich nicht, wir dürfen auch keinen verpflichten so, wo wir sagen, hoffentlich klappt das, Jensen noch, Jensen haben wir auch noch, ja, Gottes, nichts gegen die Jungs, aber das wissen die doch selber, das sind doch keine rechten Verteidiger, ne, und dann hast du das Ding, du musst da wirklich schauen, dass du notfalls auch mal 8 bis 10 Millionen zahlst, so wahnsinnig es ist, wir brauchen da ja wirklich mal einen Qualitätsspieler wieder, jemanden, auf den wir uns verlassen können, der muss auch nicht 20 sein, der kann 28 sein, 27, ne, wir brauchen da wirklich jemanden, wo du weißt, er spielt da und er spult sein Ding ab, defensiv solide und nach vorne macht er dir deinen, spielt auch ordentlichen Fußball, eine ordentliche Passgenauigkeit, so ein Zugerwahrer wäre natürlich ein Traum, so ein Zuverlässiger, aber da glaube ich schon gar nicht mehr dran, aber du musst halt in diesen Kategorien denken, wir können uns da wirklich nichts mehr leisten, wir brauchen auf Flügelverteidiger dringend Hilfe, es wird glaube ich unserem Spiel auch einfach richtig helfen, richtig helfen, aber ja, da müssen wir echt beten, dass unsere Verantwortlichen das jetzt einfach einsehen, es ist schon heftig, wir haben auf allen Positionen irgendwie was getan, auf der rechten Verteidigerposition, hörst du dann dieses Interview von Maaßen, wie fandest du Gummi, wie fandest du Engels, also haben wir doch rechte Verteidiger, wir haben Jensen, die offensivere Option, wir haben, oh Gott, das ist schwierig, also ich verstehe schon, dass er seine Spieler schützen will, aber das ist Bundesliga, jetzt haben wir wirklich Glück, es gibt ja eine gute Nachricht, dass Felix Urukai jetzt doch verlängert, müssen wir ja drüber reden, es ist sehr wahrscheinlich, dass er uns dann halt nächstes Jahr verlässt, aber im aktuellen Fall, oder Stand der Lage, ist es gut, dass er sich entschieden hat zu verlängern, weil Winter ist auch, mit ihm jetzt da als Stamm, linker Innenverteidiger reinzugehen, das ist mal ein mulmiges Gefühl, der hat ja auch nicht Bundesliga-Erfahrung wirklich, also das ist schon mal gut, dann kann man vielleicht mit Maxi Mauer, können wir schon ein bisschen in Gladbach gucken, spielen, daneben, ja, es braucht halt Flügelverteidiger, Leute, es hilft alles nichts, RV brauchst du, ja, du brauchst einen RV, das ist einfach Fakt, da können wir über alles reden, und es drehen wir wollen, genau, Berisha auch natürlich so eine Sache, da hat man glaube ich echt gedacht, dass das safe geht, darum hat man den Tietz auch geholt, wobei der Tietz schon charakterlich echt, echt stark ist, vielleicht wird er uns wirklich helfen können, man weiß, also auch nach einem Kopfballduell, nach Ecken war da schon wirklich eine Wucht, auch nach Standards braucht man wahrscheinlich mehr Tore, wenn wir so weiterspielen, Real Talk, vielleicht hilft er uns wirklich mehr, als wir denken, Berisha kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass es gut geht, wenn er so wirklich so ein Rotationsspieler wird, dass er ab und zu spielt, ab und zu nicht, das ist ja nicht sein Anspruch, der hat ja für Deutschland gespielt, der wartet, wenn er in Augsburg ist, dass er absoluter Stammspieler ist, und Demirovic hat die Binde, ja, wo willst du denn dann alle, wo willst du dann die anderen aufstellen, versteht ihr, wie ich meine, also Berisha hoffe ich so ein bisschen, auch für ihn, dass er einen guten Verein findet, wenn er bleibt, okay, wenn er keinen Stumpf macht, wäre es super, nur wird das wirklich problematisch, das ist das Problem, das Szenario klingt so ein bisschen, als könnte es fast nicht gut ausgehen, genau, blicken wir mal noch auf Gladbach, die Borussia, wir haben uns sehr viel vorbereitet, vielleicht ist das genau was für dich, sehr gute Transfer gemacht, neue Mannschaft, neuer Trainer, Auswärtsproblematik, kennen wir, wie stark siehst du die, und gerade auf dem Spiel gegen Augsburg, wie ist da so dein Gefühl? Ja, also ich muss sagen, die Gladbacher sind auf jeden Fall besser, als ich gedacht habe, zu dem Stand jetzt, im Moment, ich habe gedacht, dass das alles ein bisschen länger dauert, weil ja doch auch viel passiert ist, was die Offensive angeht, Vorbereitung top, Pokal, Lichtaufgabe erfüllt, die Neuen haben alle gescored, ich bin gespannt, Gladbach ist für mich dieses Jahr eine Wundertüte, ich habe es auch in unserem Talk gesagt, den wir morgen bringen, dass ich Gladbach echt gut einschätzen werde, ich bin gespannt, ich traue denen auch zu, dass die am Samstag, ja, ein FCA wegräumen, wenn die in den Torrausch kommen, wenn es da früh, früh schon für Gladbach heißt, dass sie führen, kann ich mir vorstellen, dass das kein so schöner Nachmittag für die Augsburger wird. Ja, das klingt schon mal nicht gut, also sie haben wirklich eine gute Vorbereitung gespielt, auch Stuttgart mal 5-1 geschlagen, ich weiß jetzt nicht, mit welcher Aufstellung oder so das war, aber ja, die wirkt schon sehr dynamisch, das Joanne ist kein schlechter Coach, meine Hoffnung ist halt einfach diese gravierende Auswärtsschwäche, aber es ist schon, ja, es ist schon, danke, ja, da kommt schon die Musik dazu, also es kann einem schon mulmig werden, und wenn man jetzt drüber nachdenkt, was sie in Gladbach mit uns angestellt haben, am letzten Spieltag, das war spielerisch eine Wucht, man muss dazu sagen, da hat ein Lars Stindl gespielt, da hat ein, wenn sie bei Ihnen gespielt, da hat ein Thüram gespielt, da hat ein Jonas Hofmann gespielt, also das ist eine ganz andere Mannschaft, die hatten auch, wenn sie eine sehr starke Heimstatistik, meinen sechster Platz in der Bundesliga, die haben uns da einfach komplett auseinandergenommen. Schaut man sich wiederum das Heimspiel an in Augsburg, da weiß ich, ich glaube, das war diese Jeboa-Flanke, Übersteiger auf Berischer, der mit der Hacke ins Eck, da hat man sie brutal im Griff, die hatten keinen einzigen Torschuss. Also Gladbach hatte letztes Jahr absolut zwei Gesichter. Viele sehen sie wieder in den Top Ten dieses Jahr, also trauen ihnen das zu, Sioane, wie gesagt, überall eigentlich Erfolg gehabt, bis auf die Rückrunde, also die letzte Saison in Leverkusen, wo dann gar nichts mehr ging. ist kein schlechter, ist kein schlechter. Es scheint auch ein bisschen seine Idee vom Fußball ein bisschen anzupassen, nicht mehr zu schnell nach vorne zu spielen, sondern auch ein bisschen, ja, einfach den Spielern sich anzupassen. Das ist echt, glaube ich, ein sehr guter Trainer, wenn er das macht noch. Boah, es wird eine harte Nuss. Lukas, wie ist denn dein Gefühl allgemein für Gladbach? Ich sage, es ist ein Fifty-Fifty-Spiel, also, weil, ja, die Spielweise von Gladbach, dieses auf Ballbesitz fokussierte, das liegt uns tendenziell. Andererseits weiß ich jetzt auch nicht, wie Augsburg dieses Ereignis da im DFB-Pokal bearbeitet hat oder mit welcher Einstellung die da aufs Feld gehen, was da so die Mechanismen sind, psychisch. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass es nicht so ein Déjà-vu gibt, wie letzte Saison am ersten Spieltag gegen Freiburg. Oh, bitte nicht. Dass man sich da, dass man sich da einfängt und dann die Moral wirklich so darunter leidet, dass dann, ja, dass dann schnell dahin geht und die ganze, ja, Euphorie, man muss natürlich sagen, vielleicht ist noch ein bisschen Euphorie vorhanden, weil es ja jetzt wieder ein anderer Wettbewerb ist. Aber, ja, wenn das, wenn das schief gehen sollte, muss man sagen, danach kommt Bayern, dann ist man gegen Bochum nach drei Pflichtspielen in der Bundesliga schon dermaßen unter Druck, das ist wirklich ein ganz, ganz kritisches Szenario, deswegen hoffe ich auf mindestens einen Punkt und ich, ja, ich würde, wenn ich tippen müsste, sei es einfach ein 1-1. Unentschieden, ja, ja, klar, das sind nur Szenarien, die Spiele müssen jetzt gespielt werden in München, normalerweise verlierst du da, müssen wir nicht drüber reden, aber, boah, wenn wir gegen Gladbach jetzt wirklich auch so ein richtig schlechtes Spiel machen, es kommt dann immer auch bei uns, wie gesagt, auf die Art und Weise an, wenn wir echt ordentlich spielen und, meine Unentschieden oder, keine Ahnung, wenn wir wirklich gut spielen, das erkennen wir ja auch im Stadion, wir sind ja nicht bescheuert, aber, ja, wir müssen ein gutes Fußballspiel, vor allem liefern am besten mit einem guten Ergebnis, verlierst du gegen Gladbach, kannst du davon ausgehen, dass du nach zwei Spieltagen null Punkte hast, letztes Jahr war ja das Freiburg-Spiel auch wirklich ein Desaster, mal ja, wirklich 4-0 ging ja auch überhaupt nichts, also so solltest du nicht in die Saison starten und dann kommt halt dieses Bochum-Spiel, also das ist natürlich ein absoluter Kracher für uns, auch für die Bochumer, weil die starten auch schon wieder, kommen mit einer schlechten Vorbereitung auf jeden Fall, muss man gucken, wie die in die Saison kommen, das wird schon wirklich ein absolutes Symbolspiel, wo es dann richtig heftig werden kann, wenn man da nicht überzeugen in einem Stadion, es sind natürlich viel Hätte, Wenn und Wäre, Szenarien, vielleicht schlagen wir auch Gladbach, ist ja einer unserer Lieblingsgegner auch, also Gladbach hat glaube ich nur zweimal in Augsburg gewonnen, also kommt ja morgen noch in Vorbericht mit sämtlichen Statistiken, letzten drei Heimspiele haben wir gewonnen gegen Gladbach, aber ja, dementsprechend erwarten wir da auch was, ist ein Gegner eigentlich, der uns tendenziell erliegt von seiner Art Fußball, wenn das am Samstag schief geht, gehen werden die Fans auf die Art und Weise auch ein bisschen an, wenn wir so spielen, wie gegen Haching oder so gar keinen Torschuss oder so wie letztes Jahr, dass einfach nach vorne du gefühlt hast, wir kommen einfach, wir haben gar keine Idee, dann kann es ungemütlich werden, ja, möchte weder Engels noch Jensen hinten sehen, hätte besser Cardinal von Lien als Günther, ja Günther, ja es ist halt schwierig, eigentlich müssen wir uns nichts vormachen, wir müssen einfach einen Rechtverteidiger kaufen, der Qualität hat, das ist einfach Fakt, also mein Gefühl für Samstag ist, Urukai spielt, weil vorhin Anna Winter geschrieben hat, Urukai wird durch die Vertragsverleihung auf jeden Fall spielen, neben Maxi Bauer gehe ich mal von aus, Pfeiffer ist gesperrt, das ist eine Innenverteidigung, die wir vom letzten Jahr auch kennen, die auf jeden Fall funktionieren kann, wenn sie aggressiv in die Zweikämpfe kommen, dann hast du links wahrscheinlich Petersen und rechts Gummi oder Engels oder Jensen, also da da kann sich jetzt jeder selber aussuchen, was er macht, im Mittelfeld wird Dorsch auf jeden Fall spielen und dann Engels oder Breithaupt, kann auch sein, dass Maaßen, so wie er sich geäußert hat, er hat ja auch ein bisschen Zweifel an der Aufstellung, dass er da jetzt wieder einen Engels bringt, das werden wir sehen und dann hast du eigentlich Vargas, der sich selber aufstellt, ist momentan so der Einzige, der, wenn es auch so ein bisschen, ich fand es sogar gegen Unterhaching, ich weiß, viele haben ihn nicht gut gesehen, aber ich finde, dass Vargas sich zumindest da, dass man schon an ihm die Qualität sieht, probiert, was zu machen, ja, der wird spielen und links einfach Arne Maier, ich weiß nicht, ob das wirklich, ich würde so gerne mit Emboku und Vargas auf dem Flügel spielen, nur weiß ich jetzt schon Ennos Argument, es wird dann sagen, defensiv ist ihm das zu wenig, zu riskant, es wird dann eher Arne Maier wieder starten und vorne bin ich dann wirklich gespannt, Chat, mit wem würdet, mit welchem Doppelsturm würdet ihr gegen Gladbach ins Spiel gehen und jetzt seid auch ihr gefragt, also Lukas, welchen Doppelsturm würdest du wählen gegen Gladbach aus Augsburger Sicht, es sind ja einige Optionen da auch und Arne Maier kann ja augenscheidlich stürmen, lass mich mal kurz überlegen, ich würde Lukas den Vortritt lassen, Lukas, dann schieß du mal los, dann würde ich rein von der Qualität mit Demirovic und Belio gehen und dann hoffe ich, dass die Dynamik und die Zuspiele dann von dem Vargas und auch wenn es ein Traum ist von der anderen Seite vielleicht von dem Bucco kommen würden, auf jeden Fall Doppelsturm, Belio und Demirovic sehe ich qualitativ vor den anderen und Berischer will man eh abgeben, der hat eh keine Zukunft hier. Okay, hast du dich entschieden guess? Ja, ich würde, also ich gehe davon aus, dass auf jeden Fall der FCA deutlich defensiver spielen muss auch als gegen Haching, deswegen würde ich einmal Michel aufstellen, der dir auch bei langen Bällen Tempo mitbringt, um der Abwehr gefährlich zu werden und jetzt ist die Frage, ja, dann musst du Demiro mitspringen, weil er Kapitän ist, du kannst den Käpt'n ja nicht auf der Bank lassen, ansonsten, ja, wäre so er und Dietz eigentlich bei mir 50-50 aber aufgrund dessen, dass Demirovic halt Käpt'n ist, würde ich dann mit Michel und Demirovic gehen. Ja, es sieht man auch so im Chat, wie unterschiedlich hier die Meinungen sind Berischer, Demi, Michel, Tietz, die sind ja auch ein bisschen eingespielt, Bellio, Berischer oder Bellio, Tietz, also da ist auf jeden Fall Bellio gesetzt, da gibt es Tietz und Michel Kombi nochmal, Tietz schon Eier hat, Demi und Berischer, auch nochmal die Buddies vorne, also es wird, ja auch die Startelf, das sehe ich ja auch so, auch die Startelf ist maximal ausbaufähig, also auf jeden Fall, ja, gut, dass ich Eno vor das Team stelle, denn nicht wie Tuchel, ich weiß gar nicht, also ich wünschte mir auch, dass Eno mal sehr viel offensiver kritisiert, nach zwölf Spielen, wo du nur eins gewinnst, kann man durchaus auch mal ein paar Spieler ein bisschen anzählen, Demi ist aber nicht hundertprozentig fit, habe ich auch das Gefühl, habe ich auch das Gefühl, ja und jetzt sieht man schon, es ist, wir haben auf jeden Fall die Qual der Wahl vorne, also ein Luxusproblem, es ist, ich, wie gesagt, ich fand Michel in der Vorbereitung wirklich gut, gegen gute Mannschaft, also gegen Ajax und hat er ja super gespielt und Gladbach wird gegen uns nicht defensiv spielen, kann ich mir nicht vorstellen. Welchen Sturm würdest du bringen? Ja, ich überlege gerade, also der Michel hat sich auf jeden Fall extrem schwer getan gegen Haching, ich glaube, das lag daran, weil Haching einfach der Underdog war, so blöd es klingt, also weil die Tiefstand und sein Tempo in diesem Spiel kaum ein Faktor war, Michel ist definitiv der Schnellste davon und der Konterstürmer, wenn wir überhaupt einen haben. Wenn man davon ausgeht, dass Gladbach, also ich erwarte sie nicht zu defensiv, weil es einfach gegen Sioanes spießt, wie spricht, dann würde ich auf jeden Fall Michels Tempo auch wählen und ich würde halt nicht Demirovic daneben bringen, aber er ist halt Kapitän, ich würde dann mit einem großen Fungieren und das ist dann echt schwierig, ob man dann einen Tietz wählt, weil er Michel kennt, der auch bei Ecken natürlich der mit Abstand gefährlichste von den Spielern ist, ich finde den in der Luft richtig stark, auch defensiv, hat er einiges in der Vorbereitung weggeköpft, also was die Lufthoheit angeht, ist Tietz auf jeden Fall allen, finde ich, überlegen, Bellio ist zwar groß, aber springt gefühlt nur 50 Zentimeter hoch, der ist nicht so Kopfball stark, wie ich es mir erhofft habe, zumindest war es letztes Jahr nicht, kann es natürlich auch einen Bellio bringen, der natürlich mit Fuß am Ball besser ist als ein Tietz, der hat technisch echt auch was drauf, das hast du auch gegen Hachin gesehen, wo er reinkam, das war einer der besseren Spieler, oder du willst halt mehr geben, der eigentlich von der Qualität der beste Stürmer von denen sein sollte, aber mit den Gedanken, dass das viel nach Abschied riecht und man einfach nicht weiß, was Sache ist, muss man sich das Ganze halt sehr gut überlegen, also neben Michel, ich würde Michel spielen lassen, weil ich Gladbach offensiv erwarte, nicht defensiv, Michel vielleicht nicht gegen Bochum dann, aber da ist es schwierig, also ich könnte mich nicht festlegen aktuell, und ich würde vielleicht tatsächlich dann mit Tietz gehen, weil er nach Standards halt dann auch nochmal gefährlich, der gefährlichste ist für die ganzen, das finde ich halt ein bisschen problematisch, weil man Demi, deswegen hätte ich, nur aus diesem Grund hätte ich Demirovic nicht die Binde gegeben, weil ich das Gefühl habe, man ist jetzt verpflichtet ihn zu bringen und wenn man, das ist so ein bisschen wirklich die Problematik und wenn er dann, keine Ahnung, sich gegen Demi im Sturm entscheidet, dann ahne ich schon Schlimmes, dann kommt das Argument, oh Arne Meier war gegen Hachin gar nicht so gut, wir bräuchten einen neuen auf dem Flügel, der natürlich auch defensiv ein bisschen was kann, macht, wer kommt dann? Demi Rovic. Das wäre glaube ich nicht gut, wenn er das macht. Also wenn er sich jetzt verpflichtet fühlt, Demi Rovic zu bringen, auch wenn er nicht 100% fit ist, dann hat er jetzt schon gegen Hachin gemacht. Und wenn man jetzt ganz genau hinguckt, war Demi Rovics Rückrunde nicht der Hit. Da war schon auf jeden Fall auch einiges an Chancen liegen gelassen, Mentalität war super, das kannst du ihm nie vorwerfen, er kämpft, aber er war nicht, also rein sportlich gesehen, nicht der, wo er in der Hinrunde war, weil die war wirklich auch extra klasse mit Berisha da vorne. Da haben sie echt einige Tore gemacht, die Kombi, aber ja, also man muss das immer auch so ehrlich sagen, wie es ist. Also der muss deutlich mehr zeigen, auch die Wenderspiele, wo ich von ihm gesehen habe, für Bosnien nicht so gut. Also er muss da wirklich wieder zu seiner Form finden, seinen Abschluss, weil er hat eigentlich auch diese gewisse Qualität, die es für einen guten Bundesliga-Stürmer braucht, aber auch die Form muss bei ihm passen. Er ist jetzt keiner, der hat auch schlechte Spiele, wo er total untergeht. Und man muss fairerweise sagen, Demi, ich muss dich auch ein bisschen schützen, falls ihr es hier seht, du hast immer auf LLM gespielt, linkes Mittelfeld, da kennt jeder meine Meinung dazu. absolute falsche Position für ihn, Vollkatastrophe, wenn er da spielt. Und da habe ich halt Angst. Ich sehe ihn da 0,0 für mich, einer der schlechtesten Flügel-Mittelfeldspieler im 4-4-2, wo es die Liga, wo es in der Liga gibt. Im 4-3-3, links außen, ist es was anderes, wenn er näher vom Tor ist. Links außen kann man ihn zur Not auf jeden Fall bringen, aber bloß nicht in einem 4-4-2, wo er so weit weg vom Tor ist. Der ist ein Stürmer. Mit Ball am Fuß hat er auch seine Probleme. Da bin ich ehrlich. Genau, Leute, alles klar. War doch ein guter Talk, viel Real Talk hier. Wir haben über vieles gesprochen. Gefühl ist, Maßen, Unzufriedenheit ist auf jeden Fall schon gestiegen bei einigen. Ist Fakt. Gladbach, Wundertüte kann man sagen, ist von Sieg bis klare Niederlage alles drinnen. Die Mannschaft hat wirklich was gut zu machen. Publikum wird voll hinter der Mannschaft stehen. Wir haben über 30 Grad Sonne. Ich habe richtig Bock. Ich liebe es, bei Sonne ins Stadion zu gehen. Und Unterhaching hat auf jeden Fall was hinterlassen. Und wenn wir eine Reaktion drauf zeigen, würde es mich freuen. Wenn wir es nicht tun, wird der Baum bald brennen in Augsburg, weil so kann es ja dann auch nicht weitergehen. Jungs, habt ihr noch was zu sagen, Lukas? Danke auf jeden Fall für die Gelegenheit. War wieder chillig und dann hoffe ich, dass wir Samstag dann das Erfolgserlebnis haben. Ja, Lukas, danke dir wie immer. Immer top. Gerade für die Eindrücke aus Haching. Das war, finde ich, sehr, sehr spannend. Und Gess, dir auch wie immer danke. Wir hören uns ja, leider Gottes, bald schon wieder. Es hilft ja nichts. Gezwungen, dermaßen. Ja, wir haben ja viel Arbeit auch mit dem Zweitkanal. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, wir hören uns. Ja, ich will nur auch nochmal sagen, ich rede immer sehr schlecht über den FCA, aber ich bin Augsburger und der FCA ist mir schon auch wichtig, aber man muss halt schon auch einfach mal alles auf den Punkt bringen und wir hoffen natürlich alle, dass gegen Gladbach am besten gleich ein Sieg rauskommt, und dass man so schnell wie möglich so das Negative alles vergisst, aber es ist halt aktuell, muss man das sehen, was man hat und das ist halt nicht gut. Ja, ja, das ist absolut richtig. Da würde man gar nicht denken, dass du Augsburger bist seit der Kindheit. Wir kennen uns ja auch schon seit der Kindheit, aber ja, Gess ist Augsburger. Er ist zwar Club-Fan, aber auch Augsburg-Fan und er sagt halt einfach das, was er denkt und so ist es auch richtig. Bringt ja nichts hier irgendwie mit einer Fanbrille uns irgendwas einzureden, was momentan einfach nicht der Fall ist. Also Gess, auch dir, hau rein, dann quatsche ich noch ein bisschen mit dem Chat und das war erstmal der Talk auch für YouTube. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und ja, wenn ihr auch mal dabei sein wollt, ich habe hier immer unterschiedliche Talkpartner, einfach Discord, Instagram melden, vorher ankündigen, dass ihr dabei sein wollt, schaut, dass das Voice einigermaßen geht und dann passt das Ganze. Also, Dankeschön und fürs Zuhören.